cool ich habe ein geiles schwert bekommen magische mächtige zwei handwaffe das ist die hier wieder das ist auch ein schwert das ist einfach so groß wie ich wollen wir ein bisschen was herstellen hier oder ich habe mich jetzt gerade an meinen charakter gewöhnt mit mit ein hand kann will ich eigentlich bei erstmal beibehalten ja mach das schwert und schild vielleicht kann ich mir noch was geiles neues herstellen eine geile neue waffe seltene mächtige waffe wo ich denn noch so ein er warum macht ein breitschwert denn so wenig schaden ach so benötigte stufe 7 ok das erklärt einiges ich stelle mir mal eine eine beiß axt ja 31,5 ja noch mal eine axt war auf jeden fall also ich bin bereit für die nächste runde ja ich auch gleich im moment noch der feuer sollte das mal rein machen ich glaube ich mache mir mal ganz kurz eine armschiene ich habe noch gar keine hast einfach ohne armschiene gespielt ne handgelenk möchte ich nur noch theoretisch eine neue hose dann wäre ich komplett ausgerüstet in gelb beziehungsweise alter was ist das denn für eine armschiene ey ich kann nur stufe 7 herstellen oh piece of candy komm wir haben kumpel bei mir jetzt die nächste armschiene die ich bauen kann ist für stufe 27 das dauert ja noch ein bisschen was ja dann muss ich wieder ohne armschiene spielen alles geht ja krieg ich gleich beim boss fight wenn wir mal wieder ein haben ja ich glaube ich nochmal hier mit lea ne hast du noch eine schillernde träne für mich alex das ist doch so ein so ein du weißt wie das aussieht wenn man betrunken durch die gegend ballert ja guck mal quetsch ja guck mal na ich hätte noch eine brauchst du oder wie viel du musst mit unserer freundin hier gehen und ihr helfen das schwertuchstück zu finden die methalen waren in uralten zeiten menschen mit fantastischen mächten die legenden erzählen dass sie in der nähe des tempels eine schreckliche schlacht schlugen dass ihre geister noch immer miteinander krieg führen nice junge jetzt bin ich hier der weiße master zerstörer ey ja ja weiter geht's was das nächste ziel zum überfluteten tempel überfluteter tempel das hört sich ja nicht gerade geil an das ist stimmt das ist das ziel angezeigt aber jetzt zeit für den sperrfeuermann hat dir richtig viel gebracht wo seid ihr jetzt ich jetzt hier wo wir grad nicht hochkommen ja klar dass wir auf kevin warten ist die story ich bin hinter euch sie versuchen meine freundin zu töten halten wir ihn auf ein schuft ich bin schon voll die falle schuft glaube ich nicht wo ist die reliquie ich werde es euch niemals verraten hallo wir würden euch gerne verprügeln ich frage ihn eben auf jeden fall prügeln dürfen ihr glaubt tatsächlich was euch dieser schuft erzählt ihr glaubt tatsächlich was euch dieser schuft erzählt oh das ging schnell das sind ja auch nur gewöhnliche menschen ne ja oh der war besonders ich musste das ja sagen ja niegelhalsabschneider ich wünschte meine eltern hätten mich damals auch bei meiner geburt niegel genannt ja muss alles niet und niegel fest sein ja hat einen bullshit ja das ist ein alt diablo diablonischer name ja ein althäuflischer name ja du bist freudiger drop lieber legendär komm hier rein glaubt er noch was nice ja legendär zauberstab zauberstab lol ich habe auch eine neue armbrust ich glaube ich habe ein neues schwert bekommen ich habe eine blaue alter richtig geil oder was hast du die ist jetzt besser ich habe einen magischen bogen bekommen alter alex das ist du fängst dir gleich ein ey mega hammer oh piece of candy oh ich spreche mal mit dem kerner jo mach den man jo ich habe eine neue fertigkeit erdbeben alter ist misstrauisch geworden aber da spielt keine rolle Alter komm mal wie heftig der aussieht hm habe ich gerade schon gesehen guck mal schon bald werden wir uns gemeinsam niederlassen wir wünschen wird auch schoffte heißen die felder bestellen und belger ach schoffte meine kinder groß ziehen aber erst ihr wollt euch mir anschließen ja genau jetzt kriege ich natürlich neue armschienen die übel besser sind wo ich gerade welche erstellt habe ne nein kann ich deine kriegen ja ich weiß nicht ob die besser sind aber hast du an die hand gelenkt wer das du hast mir jetzt ja Handschuhe gegeben Handschuhe habe ich auch achso ja stimmt ahmschienen ist ja noch was anderes dann gib mir die bitte eben wieder ne achso ja ich dachte schon man macht einfach den Snacker ey ja die 2 gold den Snickers macht er da lol was gelbes lol einfach baum zerschossen oder seltenen ring jo einen seltenen ring ein ring auch noch nice verlobte sehe ich aus wie jemand der heiraten würde nice one übrigens ich bin Lyndon übrigens ich bin Lyndon und seinen Tempel ihr müsst Alaric der Wächter sein Onkel Deckard hat mir von eurer ewigen Wache über diesen verfluchten Ort erzählt ich dachte es wäre nur eine Legende gewesen seid ihr Nephallen Alaric Alaric ja jo 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 halt das hat Stil die Ruhestätte des Kriegers die Brücke ist cool ne die Brücke baut sich schön auf was hat der grad gesagt der gerade das N-Wort gesagt herr welches N-Wort das N-Wort achso ich glaube der hat irgendwie die Ruhestätte entweder des Jägers oder des ne Nephallen Nephallen hat er gesagt ne what the fuck hat er aber nicht hat er nicht die Ruhestätte des N-Wort hat er nicht hat er nicht hat er nicht hat er nicht hat er hat er hat er hat er Kimme hat er hat er hat er hat er man hört ja auch immer nur das was man hören will ne Kevin genau genau hehehe hehehe oh oh ho 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 na hier's schon das Erste ja sonst rennen doch vor Alex ach so machst du grad schon jo ja das macht er immer ne alter i wie viele Viecher da aus dem lande da guge ja man kann sich da auch extrem äähh bei Zeit lassen das stimmt schon ja wenn da Gegner sind wir lauern immer schön zusammen laufen Alex Krypta der Uralten ey So ist ein Erdbeben aussehen! Pass auf, jetzt hau ich noch ein Erdbeben raus! Ah, da ist ein Gelber oben. Alter, das ist die Abklingzeit des Erdbeben. Ja, ich geh nochmal komplett allein auf den Gelben hier, ne? Ja, und ich bin auch schon dabei. Danke. Haben wir eine Absicht gemacht, Tom. Ich muss aber mich gerade auch ein bisschen zurückziehen. Mach komplett alles hier alleine. Ja, ich lenk die Gegner ab. Wenn ich gleich ein Erdbeben beschwören kann, dann sind die alle down. Noch ungefähr 10. Nein, ist level up. Jetzt muss ich gleich einen Legendären bekommen, Alter. Ich hab dem bestimmt 80% des Schadens zugefügt. Jetzt Erdbeben! Drei, zwei, eins! Ich hab keine Wut, ich hab keine Wut! Okay, dann lassen wir das mal mehr drehen. Jo, blau ist nice! Ich hab das Gelbe, das ist eine Kettenrüstung. Gelbe Brustplatte. Das ist auch nice. Wir müssen diese Beschwörer vernichten. Dann hab ich schon. Weg, weg mit ihm. Weg, weg, weg mit ihm. Weg, weg, weg mit ihm! Soll, was legendäres! Nice! Pop-Popschutz! Pop-Schutz? Legendären Pop-Schutz? Ja. Legendärer Pop-Schutz. Ja! So nein! Danke! Ich bin mal gespannt, ob das besser ist. Loll, hier oben ist ne Truhe. Wo ich bin. Jo, machst du besser. Alter, guck mal das Erdbeben an, wie übertrieben das ist. Alle, die da rein kriegen, instant damage. Nice, oder? Richtig nice. Hält zwar nur 10 Sekunden, aber wenn man in so einer riesigen Meute ist, ist das richtig hilfreich. Alter, wir müssen heute mal ganz kurz aufhören zu kämpfen. Warum? Weil ich, ich kann nicht ohne diesen Salz und dieser Rabe, der bringt nix. Lol, ich hab da nix. Ich hab Gold und nen Heildrang bekommen. Ja, mach du mal. Mach du mal, Torben. Mach du mal, bitte. Mach du mal, bitte. Ich kann auch eben skilln. Lol, jetzt werd ich angegriffen und das ist n Witz, oder? Verreckt. Ah jo, wir haben ja zweite passive Fähigkeit, ne? Ja. Oh, was? Wo stell ich das denn nochmal ein? Bei den Skills unten? Nö, ich nicht. Ihr sagt, ich bin noch Level 19. Fällt mir grad ein. Du. Aber ich muss noch einen Gegner erledigen. Verursacht bei maximaler Wut 25% mehr Schaden. Ich denke, das wäre kein Leben für mich. Die Dauer eurer Schreie wird verdoppelt. Nach Verwendung eines Schreis erhaltet ihr und alle Verbündeten im Kreis von 100 Metern 60 Sekunden lang pro Sekunde 1% eures maximalen Lebens zurück. What? Im Berserker Wut. Ich würde mal eben einen Gegner haben, wenn ich auch Level ab dann. Du könntest doch einfach hierher kommen, Tom. Oh, wir haben ja einen, ne? Wir können ja hier raus. Richtig, ich hab ihn eingesammelt. Ich hab ne neue Attacke, muss ich gleich mal probieren. Ach, hier unten ist auch noch was. Nice. Neues Ereignis. Ewiger Krieg. Cool, ich kann mich jetzt so geil drehen, ähm, so'n Wirbelwind machen. Nice, Freund. Joa, jetzt nix mehr. Hat sich ja gelohnt. Oh mein Gott. Soll, hier hast du was rausbekommen. Ja? Schnell weg hier, schnell weg hier. Tagebuch des Grabräubers. Nice, Ron. Tschüss, Torben. Ciao. Tschüss, Torben. Oh, das ist echt. Stopp-Action. Ohne. Ups. Is he going, oder? Deswegen kam er wieder rein, der Knecht. Is he going? Ich weiß gar nicht was ihr habt. Ja, ist echt easy going. Ja. Erdbeben. Hm. Aber dieses Feuer kommt von dir dann, ne? Was auf dem Boden ist. Ja. Also da darf man sich dran stellen. Okay. Warum leuchten die alle eigentlich so Gold um sich rum? Was auf irgendwelche heftigen Typen sind. Level up. Level up. Dann tank ich den Shit einfach, wa? Nice. Etwas gelbes. Einen gelben übelsten Speer mit Sockel gedroppt. Nice, Ron. All right. Well done. Yes. All right.